einen floschen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video haben wir das neue starter paket und zwar das iris paket am start das ganze werde ich jetzt kaufen mit dem creator code der teddy bear wenn ihr mich auch unterstützt wollt tragt den ein ich würde sagen wir kaufen uns das ganze und dann sehen wir uns das genauer an das ganze wurde bestätigt und da haben wir das ganze auch alles klar okay da haben wir das ganze auch erhalten sieht auf jeden fall ein schönes paket aus wir haben einmal den iris skin auf jeden fall ein sehr schöner skin den können wir direkt aus mal ausrüsten dann ist hier kreisrund als backbling dann haben wir hier eine spitzhacke und zwar pop ex auch direkt ausrüst und dann kriegen wir noch 600 wie back dazu also lohnt sich das ganze auf jeden fall das ganze was auch schon gewesen ist auf jeden fall ein blauer skin wie die letzte mal auch sehr schön das kind der hat auch zwei stil varianten nicht wundern ich bin gerade auf dem account von meinem bruder und zwar haben wir dann hier noch die ja ohne kapuze ansonsten was auch ist ein schönes paket werde ich mir auch noch auf dem haupt account kaufen wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da wir sehen uns morgen 15 uhr zu einem neuen video haut rein und schau leute